Mit der Apollo 10 Mission kam es zur Generalprobe der Apollo 11 Mission mit den Astronauten Eugene Thornand, Thomas Stafford und John Young. Es gab erste faszinierende Bilder von der Mondoberfläche. Am 16. Juli 1969 wurde ein Traum der Menschheit Wirklichkeit. Neil Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin eroberten mit der Apollo 11 den Mond. Applaus 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 40 feet down, 2 1⁄2. Picking up some dust. More forward. More forward, drifting to the right a little. Touch. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Tranquility base here. The Eagle has landed. Okay, I'm going to leave that one foot up there and both hands down to about the fourth rung up. There you go. Okay, now I think I'll do the same. It doesn't have TV coverage of the same. That's all right, I don't mind a bit. How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Oh, jeez, that's great. Is the lighting gameplay decent? Yes, indeed. They've got the flag up now. And you can see the stars and stars. Ein Ausstieg auf dem Mond war nur Neil Armstrong und Boss Aldrin vorbehalten. Michael Collins musste in der Kapsel verweilen. Er wurde später als der einsamste Mann im All betitelt. Tatsächlich war dieser mit der Bodenstation auf der Erde die ganze Zeit in regen Kontakt. See you next time. See you next time. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der Aufenthalt auf dem Mond dauerte 22 Stunden. Die Temperatur betrug zwischen minus 160 und plus 130 Grad. Die Hin- und Rückreise je etwa drei Tage. Am 24. Juli 1969 landeten die Astronauten wohlbehalten wieder auf der Erde. Apollo 14, 15 und 16 folgten noch mit weiteren Landungen auf dem Mond, bis am 11. Dezember 1972 mit der Apollo 17 Harrison Schmidt und Eugene Cernan als bisher letzte Menschen den Mond betrachten. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018